Aragami ist ein tolles Spiel, deswegen spielen wir das mit Simpel, der es schon gespielt hat, der Schlingel. Du Schlingel! Lass mich rein, du Arschloch! Junge, was bist du? Ah, du bist alle auf dem Neuling, ne? Ich kann nicht ein bisschen erinnern. Scheiß drauf, wir spielen mit Tastator. Kann ich dich töten? Junge, ich möchte aufstehen. Oh, was hab ich getan? Verladet, das ist irgendwie so ein Ladeding wahrscheinlich. So. Aragami! Was ist das? Ruppelt nicht. Aragami! Wer ist da? Monika! Komm zu mir, folge meiner Stimme! Hahahaha, folge meiner Stimme! Was ist passiert? Ich bin's gut gebaut! Simpel! Oh, das war mein Kontrolle! Oh, wie kriegen der? Der kommt bei mir die falsche Richtung! Was? Der kommt einfach in die falsche Richtung! Ich bin Amiko! Ich bin ein grügeliger! Es hat geklappt! Das Rituale funktioniert! Ein echter Aragami! Ich hab's geschafft! Ach stimmt! Vielleicht hab ich mehr Text dazu! Mein Name ist Yamiko! Ich hab dich gefu... 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 Ich hab jetzt vorher gefunden sagen! Wie heißt du? Wie fühlst du dich? Scheinbar ist ein Aragami wirklich da drin schreib! Oh nein! Umgeschriebenes Blatter! Fehlt mich so! Aragami! Zu taub oder was? Entschuldige! Bin ich zu schnell? Du bist ein Aragami! Du bist ein Aragami! Ein rachesüchtiger Geist! Beschworen in einem... Uralten Ritual! Digger! Ich war nicht sicher, ob es klappen würde! Ach süchtig! Ja sie ist das etwa nicht, Junge! Ja! Ein Clan Names Kaiho! Sie haben meine Leute getötet! Sie haben unser Land gestohlen! Sie haben alles zerstört! Wir haben den Krieg verloren! Und sie haben alles! Wirklich alles! Dem Erdbogen gleichgemacht! Digger! Ui wo? Ich hab den Angriff nur knapp überlebt! Sie haben mich weit weg im Tempel der Stadt gefangen! Was du von mir siehst, ist nur ein Abbild! Ich weiß nicht wie lange es mich... Was? Wie lange sie mich festhalten oder ob sie mich leben lassen werden! Du bist meine einzige! Meine einzige Hoffnung! Aragami! Gut! Was soll ich tun? Einfach alles! Hol mir erstmal ein doppeltes Bigback-Menü bitte! Zuerst wirst du ohne Waffe nicht weit kommen! Folge mir! Das Tor ist verschlossen! Schattensprung! Ich hab auch einfach einmal nur Fähigkeiten noch, ne? Es läuft alle! Ja nice! Oh! Ich spiel erstmal ohne Fähigkeiten, so! Fähigkeiten! Schiff trennen! Krank! Fähigkeiten! Fähigkeiten! Warum kann ich nicht springen? Ich bin... tot. Ich bin aber tot. Weißt du? Hä? Hilfe! Weil so ein unfähigen Aragami wie dich ist mir... Er würde ja nie untergekommen. Ich bin aber tot. Ja, das ist korrekt. Weißt du, warum du nicht schwimmen kannst? Das sieht die Grafik so nicht gut aus. Ja, die ist voll geil. Warum hast du das erinnert an die alten Spyro-Games? Diese Stabeln von den Kanten und sowas her? Ich hab Spyro noch nie gespielt. Ach, son. Netter kleiner Bube. Musik von zwei Fehlern. Du musst mal reden sehen, wie die mal reden. Die reden immer so... So richtig so... So als würde man sagen, sich so bewegen. Du kannst dann immer den Kopf bis nach links und rechts bewegen. Dann immer so mit dem Mund einfach auf und zu. Ich sage einen Dagon erneut seinen Dagon-Bot. Ich fahre mal die Läute. Geh, Filme, 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 Filme. Äh, Ridesparks. Das ist so geil gewesen. Ich weiß, dass ich als Kind immer richtig los war... Ich weiß, dass ich als Kind immer richtig los war und wie weitergekommen bin als dass... Ein Räucherstäbchen? Räucherstäbchen wird da. Ja cool. Ach nee, ich lebe wieder, ok. Nee, du bist für das Recht des Spiels von Tod. Umgekehrt ist das... Ah, es ist nicht für das Spiel. Ja. Pass auf, ist einer von den... von denen. Was? Steh still. Kannst du lesen. Ja. Lass. Au, hab ich durchgewissen. Ja, jetzt habt ihr was, wenn ihr es sieht, ist ja dumm, hell. Schlecht kann man sein. Ich leuchte einfach, weiß ich nicht. Space, ähnliches Töten. Mit Leert hast du? Ja. Was? Jünger. Jünger, wo hast du den hingebracht? Hä? Hast du noch deine Fähigkeiten? Ja, das muss auch passen, das hat Rücke. Ja, dann mach deine Fähigkeiten weg oder so. Ja, wie? Ja, neuen... Charakter? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Im Schatten sehe ich dich nicht. So sehe ich nicht. Ähm... Ich habe ihn umgehendetet. Oh, Cleanman. Wow, Cleanman, motherfucker, alter. Mit Coco ist cool gespielt. Was so rum, wie Coco cool ist. War's quack. Ja, Coco ist ja cool. Was denn? Noch nichts. Oh, oh. Das war ein Versiegel. Oh, oh. Bist du aber alle alarmiert, ne? Ja, alles gut. Darf ich bei den Fähigkeiten arbeiten oder nicht? Cool. Okay. Brauche ich auch nicht, Bitch. Muss ich die töten? Ja. Ich ernähren. Ist denn der böse Wichter? Guck mal, die Manni ist nicht wieder so ruhig geworden. Als ob ich keine Fähigkeiten nutzen darf. Mit Fähigkeiten wäre es so easy. Dann kann ich einfach jetzt hier so auf Bootmaler hin teleportieren. Ja. Doof gelaufen, ne? Dann gucken wir nicht alle in meine Richtung. Machen wir den Durchgang auch. Ach so, der Durchgang ist wieder offen. Weil die schon mal alarmiert sind, okay. Let's see. Ja, kannst du auch easy abbauen. Na, siehste? Easy. Hm. Cheater. Easy, Rang D. Rang D. Achso, das war schon ne Bissio. Wir wurden entdeckt. Wir haben... Wir haben nicht alle getötet und wir haben nicht keinen getötet. Wir haben echt... Wir haben nicht alles gespielt. Jetzt brauchst du lesen. Oder auch nicht. Hast du einen neuen Schwänze gefuckt? War's Naruto? Naruto! Hazuke! Oh, dann sehe ich so. Schon wieder. Ich... Ich... Ich hab's auch gesehen. Das Ritual muss eine Art Verbindung zwischen uns geschaffen haben. Beim Aufwachen hatte ich noch eine Version kurz bevor ich's durchgetroffen habe. Was bedeutet das? Wer weiß. Es gibt nicht viele Berichte über das Ritual, mit dem ich dich wieder beschworen habe. Hoffentlich finden wir's bald heraus. Hm. Komisch. Hey. Setzen wir uns in Bewegung. Ich darf nicht zulassen, dass du dich bei Sonnenaufgangen Rauch auflöst. Ha ha ha. Ach übrigens, du stirbst dann. Gut. Warte mal. Bitte? Oh. Hab ich's nicht gesagt? Dein Körper blüht durchs Schatten. Würde ich auch nur einen Sonnenstrahl? Das ist gut. Ich bin froh. Das. Ist das oder nicht. Nein. Nein. Tut mir leid. Ich bin froh. Ja. Das ist schon ein Unfall. fähigkeitspunkte eine fähigkeit nehmen ach du schloss ich kümmer nur das holen ich muss erst mal auf die steuerung klarkommen ohne sitz ich kann meinen schatten nicht mehr werfen simpel bist du auch vollgeladen mit schatten ein bisschen roten bereich wo sehe ich das ja ist er also der der auf dem umhang das muster ist eine anzahl von schatten sozusagen wie viel über hast ich werde ich einfach in die ecke in den schatten dann selbst wieder auf wenn du schwarz bist legt es eben wieder auf und wenn nicht dann halt jetzt verstehe ich wie bist du hier durchgekommen also man muss ja irgendwie so hoch gehen aber wie an der wand der wand wie an der wand da zieht doch das spiel mit dir ein bisschen länger ach so muss ich hier hoch gehen verstehe da kommt gleich jemand achtung ich weiß nicht mal wie ich einen umbringe die schatten version schalten gleich fallen ich weiß nicht mal wie ich den umbringe mit x aber da ist ein typ hinten der jetzt hier rüber kommt soll ich dich mit einer fähigkeit weg machen nein oh der sieht mich duck dich einfach so schlau ja alarm ich hau ab ja alles gut ich renne einfach ich kann nichts tun kommen wir zu dir hoch servus 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 ups das äh ok alles gut oh das war sehr cool ich hab so sein schwer team gesehen hallo 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 ist er dumm ich hab vergessen dass ich keine sprungtaste hab ähm hier oben Aragami goto 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 ok ich schreib zu links 3 2 achso ja 3 2 1 go oh wow ok was ist das eine trommel die trommelute die trommelute sali bonani sali bonani sali bonani sali bonani oh ich hab mir schon mal vorpustet weil ich vergessen dass es noch eine version ist hm hm gute zeitpunkt ich werde versuch ihn aufzuhalten oh surfer welle ey ich hab wieder eine animation gesehen das ist doch schnell jungen ich dachte mir komm wir warten einfach an der klippe auf pizza ich will von mir dahin direkt animation ist das ein anime ich bin anime gekauft das ist dieser japanische cartoon diese versionen was bedeuten sie ich weiß nicht ich hab mich gefühlt als ich wäre ich dort was hab ich benutzt ist das licht essenz ach neiiiin bildet sie nur ein wenn du schon die schattenintenz benutzt dann kannst du keine licht gewei kannst du kein licht geweihter sein du würdest erst heute abend geboren weißt du noch bisschen vergesslich aber wenn ich keine erinnerung sehe was sehe ich dann wessen traumbilder sind das tut mir leid ich weiß es nicht vielleicht kommt es uns auf dem weg in der stadt eine idee ich hab falsch gefolgt gut und wie kann uns der ruver helfen hallo ach er hat die kairo im auge behalten er sollte uns zu den talisman führen können alles mahnen das magische siegel mit dem die kairo mich gefangen genommen haben zieht seine kraft aus 6 talisman wir müssen sie alle finden um das siegel zu brechen recht wir brauchen sie also alle bevor wir dich retten können blitzmerker ja und denkt und äh denkt und dank des rabens werden wir nicht die ganze nacht für die suche brauchen hoffentlich hohohoho ohohoho eisite der voice crack jemiko warum wurde der rabber eingespürt ziel anzeigen aaaah ich hab'n vorgedrückt ich hab'n Sprungtaste haben mach sie doch hier 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 gute Sprungtaste ein bisschen Sprung ein bisschen Sprung ein Schappensprung okay ich hab'n vorgedrückt, warum ich nicht schlagen kann schneller als Tablets ich auch, Digga ja, Mann hab'n Tabletsches töten das hast du gut gemacht kollege uuuuuh oh die seh'n mich zum Glück nicht ja ich mach das für dich oh scheiße ich mach das für dich ja Junge, ich hatte keine Schattenessenzen mehr schnell zwei Stück durch ich bin ganz ruhig oh Leute, was? hol die Schriftrolle hol die Schriftrolle Wasser hm krass watsch 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 ich bin tot ich dachte, da muss man runter hm 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 es ist gerade wiederbelebt worden ja, was heißt das jetzt so? dass ich nicht mehr wiederbelebt werden kann? ja, dass du bis zur nächsten Wiederbelebung nicht fixen kannst ach man, das ist eine Schriftrolle hier hm wo ist es ja noch? ich kann schnell wieder zurücklaufen hm hm du lagst mach jetzt die Karte ziehen ah, kannst du auch nicht zurücklaufen gefundene Sammelobjekte vier von vier mann das ist mich so scheiße wie viel hast du? da hab ich nicht geguckt hey hey hör mal Aragami ich hab mal ne Stunde schon gebrochen ja bist du schon Kapitel 3? war ganz weird ja was willst du von mir? dass du deine Seite clearest was war meine Seite? nichts ja da waren zwei Leute ich hab nur einen gesehen und da war mein zweiter da ja ja ich beteilige mich sehr am Spiel scheiße alles gut ich merk schon mir geht es gut mir geht es gut mir geht es gut mir geht es gut Titan down hast du Hilfe ne das ist das richtige Weg das richtige Weg mach mal ja aber das sind drei Leute gegenüber davon unten ist ne Schriftrolle ne? da unten in diesem Raum meine ich meine ich passiert mich nicht fest rum naja ne Vase warum sind die so viele scheiße schwer aufzubekommen? wie belebe ich das eigentlich wieder? äh du musst mal das spielen bis zum nächsten Punkt gut auf ja alles gut vielleicht ist das ein Zeichen dass du aufhören solltest oh warum kommt da einer? woher kommt er denn? woher kommt er denn? ein Gorn Gorn heimliches töten heimliches töten da wo du bist musst du grad nicht sein meine ich ne? das wär mir egal du mein C? C? auf dem Controller? ja mach mal ah! shit eww ne was meinst du? hat's ja geklappt hat's ja geklappt nein hehehe 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 das kann ich jetzt ja machen mein Totenkopf nix oder? gegen gegenüber was ist da? hey Junge da bin ich eben noch abgegangen wo du bist geh mal rüber auf die andere Seite hier rüber? oder wo meinst du? geh mal raus einfach jetzt ja ja ok übers Wasser ist ja ok da war's da geht's weiter ich bin wieder zurückgegangen ne da rüber da? ja da ist ein Mensch und jetzt nach da hinten ja und dann links mein ich aber ok da heimliches töten ist er heimlich auf jeden Fall mich sieht er mich nicht hallo bist du dumm? Junge die haben so einen 5m Schauradius die können einfach nicht vor den Platz schauen ja hehehe ok ich halte Ausschau wie soll ich das dann schaffen? einfach durch rein du musst ja niemanden weg machen ich habe die Schriftrolle ach so wo ist hier denn? ja hier geradeaus ne mach die weg wie? mit deinem Schwert ah wirklich? krass ja du kannst auch versuchen mit Worten aber das dauert länger ja 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 teleportier nicht weg Junge hä ja wie hast du das überlebt? wie hast du das überlebt? wie hast du das überlebt? oh oh meine erste Katzchen ich liebe haha super super 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 Oh, alles klar. So muss das. So muss das. Oh, meine Ohren tun weh, weil ich zu lange die Kopfhörer auf hatte. Schon wieder. Diesmal hat es sich anders angefühlt. Nein, nein, nein. Das war mein Kind heute. Deine Kind heute. Oh, das ist so. Das habe ich nicht erwartet. Wahrscheinlich ist es eine weitere Nebenwirkung des Rituals. Das Miechen. Das machst du. Oh, er kann denken. Ja, die Glocken gehörten meinem Vater. Du hast gerade zugesehen, wie er und meine Mutter von Lichtgeweiten ermordet worden. Das ist mir kein so cool Zeug. Lichtgeweite aus den Reihen der Kaiho? Nein, das war lange vor der Kaiho. Diese Länder werden seit Menschengedenken von Lichtbruderschaften angegriffen. Taiharo, Saigose, Kaiho. Eine folgt der anderen. Wir haben sie immer zurückschlagen können. Bis zu dem Tag, an dem die Kaiho auftauchte. Letztendlich sind sie alle gleich. Ladenlosen Mörder. Abgeberührte Schlechter von Jung und Alt gleichem Maßen. Ja, Pico. Ach. Du bleibst immer zu ihm, das ist für nein. Lass uns weitermachen. Dieser Schreien wurde zu Ehre meiner Eltern errichtet. Ihre Leichen hat nie jemand gefunden. Diese Männer, diese Mörder haben kein Stück von ihnen zurückgelassen. Nichts außer den Glocken. Wie zurückgelassen? Diese Erinnerung. Ich habe die Angst geführt. Den Schmerz. Schmerz. Das tut mir so leid für dich, Yamiko. Yamiko. Das ist wie so eine stiebe Stimme auf einmal. Ich meine, danke, Araghati. Wir müssen weiter. Trag die Glocken zu einem Armreif. Sie dürfen dir nützlich sein. Gut. Aber ich gebe sie dir zurück, wenn ich dich finde. Araghati. Araghati. Oh. Gurun? Easy. Schreib mal V. Auf dem Controller. V bringt nichts. Ja, weil wir da Katzen sind, Digga. Hä? Weil wir da Katzen sind. Achso. Oh, Glückchen. Ah, hey, ich muss Steuerkreuz nach links machen. Ich bin erst so verwirrt. Oh. Ja, Aschmord. Ich zögere die jetzt noch. Warte, nein, warte noch nicht, warte noch nicht, warte noch nicht, nein, nein, nein. Jetzt wollen wir hier rüber gehen und gucken, was hier ist, mein Freund. Freundchen. Fräulein. Freund Blase. Ah, okay, ich habe keinen Fall, wo ich bin. Achso, hier bist du. Ist das in Ordnung? Oh, das war close. Easy peasy. Achso, hier ist ein Mensch. Ich sprinte da so lang. Oh, stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Wer wäre jemand? Stopp, stopp, stopp. Darf ich meine Fähigkeiten jetzt benutzen? Was ist das eigentlich? Ach, in uns wieder. Ah, das stimmt, ich kann mir auch wieder neue Fähigkeiten holen. Das hier ist geil. Achso, der Schrein füllt übrigens seine Sachen wieder auf. Der Schrein? Der Schrein. Achso. Ich würde nichts sagen, aber ich bin beim Ziel. Willst du nicht? Ich bin der Erster. Yo, du bringst er einfach nicht um. Ich bin der Erster. Hä? Ja, endlich kommt die faule Sau mal. Ich bin irgendwie vier gefunden, aber sag's mal. Alter, was? Äh, drei von sechs. Sechs von sechs. Hä? Sag's einfach nichts. Okay, ich muss. Hä, Junge? Ich hab die ja schon alle. Achso. Ja. Över 51. Okay. Ich hab die ja schon. Oder です? Ich hab die ja schon alleine. Ich hab die ja schon. Ich hab die ja schon. A dassel Untertitelung des ZDF für funk, 2017